hey ho leute und willkommen zu der ersten folge minecraft skywars auf dem epic pvp.eu server nächstes mal natürlich auf komme und ich hab's endlich ich hab mein cake okay und das ist er ein relativ kleinerer server da ist geil wo es auch nicht so wie auf komme ihr könnt ihr euch jetzt mal überraschen lassen wenn ihr es noch nicht kennt und nachher nehme ich euch eine folge das wort mit dem gibt er auf für die kombo und dann guck mir mal was in dieser runde zu los ist ey leute übrigens zuerst mal vorrat sorry dass ich in letzter zeit auch ja übrigens sie können könnte man das habe ich jetzt nicht aber man kann auch um schneebälle von anfang an bekommen und so übrigens eben sorry für ich habe in letzter zeit richtig wenig jetzt besser ist so dass mein aufnahmeprogramm einfach nur es ging einfach nicht mehr und der city war hat dann nur abgespackt ich konnte nichts aufnehmen und dann musste ich mir eine neue methode suchen dein ernst dein fricking ernst ich hab da oben den namen gesehen ich wette hier ist niemand ich bin einfach nur so behindert hä ok 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 niemand ist hier ähm nice ich bräuchte was zu essen habe ich jetzt aber nicht und deswegen ich will mir noch mal kurz zwei dias für ähm dir schwert und schuhe ich hab sogar was zu essen ich hoffe nächste zeit kann ich ein bisschen mehr äh warte was soll ich jetzt tun ja ein bisschen mehr von skywars und so zeugs bringen es geht und so bedroht so halt üblich übliches miner kraft zeugchen und vielleicht nehmen schütten noch eine folge es geht auf und übrigens ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen dass ich habe jetzt ein tipp befolgt weil richtig viele auch privat haben mir gesagt dass ich äh den pop schutz zu weit vor meinem gesicht habe und ich habe es jetzt gendert ich hoffe es gefällt euch leuten da draußen und jetzt okay den könnte ich nicht killen außer außer ich mache den 360 noskop check also der heißt nicht so ist ich labern von scheiß außer ich schubste da runter und leute eben wie gesagt meine maus hat man richtig scheiß also das habe ich nicht gesagt aber ich sage es einfach meine maus hat man richtig scheiße laut weil ich hab den mikro arm noch nicht und das mikro steht auf dem tisch nein dein ernst dein ernst bruder das ist nicht sein wenn er nutzt oder ne ne ok das leben noch ein paar ok ok die runde wird eigentlich abgefuckt für mich weil ich hab einfach ich sag jetzt mal nix und hier ist auch nix drin das ist so klar geht doch mal ähm ich geh mal zu dem rüber steht jemand oh man ok ok ich bin jetzt wieder ein bisschen abgerutscht ähm 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 wo warte ich hin wo warte ich hin ich wollte da hin genau ok alter alle anderen spieler sind ja in der mitte das ist das problem of life denn ich bin so schlecht ergriffen gegen die zu feinden ich habe jetzt noch gehofft dass ich den einen da von hinten runter hauen kann habe ich aber irgendwie nicht geschafft und ich probiere nicht aus ich habe noch zwei blöcke die sollten mir ach ja übeln sie spiel mit dem ich bin vom lieben rutschlag ähm rutschlag die what the fuck man als ob da jetzt gefeiert wird lol als ob ich dachte schon so ja hier ist tote ruse ja komm 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 dieser typ denkt wirklich ich komme rüber dann ist da ein bisschen behindert übrigens ein paar haben eben kein skin weil eigentlich ist diese service richtig komisch und der man man der entweder schon wieder team ist nicht der aber ich meine man darf nicht team vielleicht habt ihr es am anfang gesehen hat rein ich bin raus sorry okay ich hab's zum ohrwurm von lukas lukas der rapper okay 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 das problem ist dass ich jetzt irgendwelche schneewelle das so ohne spielt und oh mein gott so blöd und ich bin wieder abgerutscht sag ich euch haut rein ich bin raus sorry viele sagen mir ich sollte nicht singen und hab kein schwert okay alter ach deswegen erschrecke ich mich immer so viel weil manchmal back das ein bisschen mit dem später und so dann sieht man den namen von den spektakern und hier nochmal rot schlagt die von edit wir haben statt früher habe ich sehr lange das erwerb genutzt aber aber irgendwie hat hat mich das rot schlagt weg dann doch mit gerissen als wo kistin nur noch zwei okay und ich kann das nur gewinnen wenn ich wenn ich ähm wenn ich schneebälle habe oder so denn dann habe ich meistens alle runter oder so ich renne einfach und hatte noch mit runter habt ihr sehen diesen spectator ich hab den ich hab den habe ich den kind bekommen habe ich den okay dann alles klar dann gehen wir direkt mal in die nächste runde dann mache ich jetzt kein cut für braucht man ja nicht so sieht die lobby jetzt in etwa aus das sind die kids kann man zu sagen jäger hat bogen und pfeile ich finde im besten der dem besten das den besten ich meine ich finde das beste kids ist dritter nämlich ein eisenschwärtschefe zweifeln anfang an und es hat nicht das wird noch mal hier mein cape ich finde das übergeil passt auch wenn ich auch das ist ja sogar meine lieblings ich finde die optik gesehen und hier habe ich eier aber das will ist auf diese metern zum einen dier und hier habe ich noch nicht drin die abruf die alle sicher am start wenn ich noch raus die heilung rein ich mache pause und zuhause Prozent Prozent mich jetzt nicht unbedingt dort schon hingehen weil es gibt zu viele Spieler die mich runter schießen können das sind der Nachteil das wenn man probiert sich irgendwo hinzubauen so wie der Typ dass man wahrscheinlich stirbt und den Kielbeck Prozent er kriege ich nicht keine Ahnung warum sind irgendwie so auch eingestellt auf dem Server der Typ wird das Niki von hinten zu kommen aber doch als gut ich hatte nicht gemerkt dass ich ein Bogen habe ein Bogen habe das habe ich jetzt nicht ganz kapiert okay ich glaube ich probiere da mal was von hinten zu reißen okay okay dann der andere Städte okay nice Higgs 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 das hier muss man aufpassen dass man nicht als eine baut und ich was probieren okay den Kiel habe ich jetzt bekommen okay dann nimmt man das das lustige ist dieser Typ wird es immer noch in seiner Base 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 ich glaube ich gehe mal zu dem Typ da die sich da so verkrampft hat ich bin wieder so richtig runter tut mir natürlich leid aber der der Boss schlägt einfach nur um sich rum ich habe leider so ein Goldschwert mit Haltbarkeit und rückstoß rückstoß natürlich ganz 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 neu sitzt oh man oh man bin ich blöd ich habe nur noch sieben Pfeile komm schon lol 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 das gab mir jetzt einen richtig fetten Schock alter WTF WTF wie viel wie viel zieht denn der Bogen alter alter Falter ist der ist der Bogen stark alter alter ok darüber traue ich mich jetzt nicht und dann wird den übelst krassen Bogen betrifft nicht ich natürlich ok Leute 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 okay ähm ich hoffe äh ich hoffe äh dass das geil was ihr euch ein bisschen gefehlt und ich da einfach schließe ok lol alter nein ich bin im Sandwich toll nein nee gar nicht ne ok ich bin tot ach Mensch gg trotzdem ähm ich geh mal hier zurück in die Lobby ok also Leute ähm das soll es eigentlich schon gewesen sein von heute mit der heutigen Runde Minecraft Skywars wenn es euch gefallen hat dann lasst eine positive Bewertung lasst eine positive Bewertung da und mein Handy vibriert natürlich schon wieder und dann sehen wir uns beim nächsten Mal haut da rein tschau tschau auf